20. Kapitel Hermine wusste nicht wieso, aber Ginny schien seit ein paar Tagen wie ausgewechselt. Sie ignorierte zwar immer noch gekonnt Draco, aber sie sprach mit Hermine und bezog sie in ihren Tagesablauf mit ein. Sie waren gemeinsam draußen unterwegs und bereiteten gemeinsam das Mittagessen und Abendessen zu. Sie sprachen nicht viel vom Krieg oder was davor passiert war, sie unterhielten sich über Belangloses und über die Kinder, ließen die beiden, Cassie und James, miteinander spielen und Hermine gab es nicht gerne zu, aber sie genoss es ein wenig. Auch wenn sie Ginny's Verhalten über Draco nicht gutheißen konnte, immerhin beschimpfte sie ihn nicht mehr. Das hatte zumindest Draco gesagt. Draco, der sich regelmässig im Ministerium melden musste. Es war irgendwie lächerlich. Scheinbar schien das aber Draco weniger zu stören als Hermine selbst. Sie versuchte sich darüber nicht mehr so oft den Kopf zu zerbrechen, so wie sie es nicht infrage stellte, als Draco heute nach dem Frühstück sagte, dass sie ihn begleiten sollte. Er apparierte mit ihr und sie kamen an einer ziemlich idyllischen und scheinbar abgelegenen Gegend an. Sie stiegen einen Hügel empor, nur um diesen wieder hinabzugehen und einem alten Grundstück entgegenzulaufen, das wohl schon bessere Tage gesehen hatte. Das Grundstück war scheinbar mit einer Mauer aus Naturstein umzäunt gewesen. Ein großer Teil schien zerstört zu sein. Ein Tor sah sie nicht. Er reichte ihr die Hand und sie kletterten über die hüfthohen Mauer. Der Garten war verwildert, das erkannte man trotz der leichten Schneedecke. Das Haus wirkte schlicht. Sie runzelte die Stirn, als sie einen Stall und eine Scheune erkannte. Sie folgte Draco irritiert, als er die Tür dieses Hauses öffnete, die offensichtlich nicht abgeschlossen war. Es stand leer. Sie ging umher. Es war schlicht. Die Wände gehörten gestrichen, der Boden vermutlich abgeschliffen. Was sagst du? fragte Draco nach einer Weile und sie runzelte die Stirn. Was ich sage? Er nickte. Ja, ich weiß, es sieht nicht großartig aus. Es muss viel gemacht werden. Ja, scheinbar. Aber das Haus ist gut in Schuss. Keine Feuchtigkeit, kein Schimmel. Es gehört dazu ein wenig Land. Nicht viel, aber genug, um ein paar Tiere halten zu können für den Eigenbedarf. Und wir können für uns im Garten Gemüse einbauen. Sie verstand gar nichts mehr. Und man sieht es zwar nicht, aber praktisch gleich um die Ecke gibt es eine kleine Stadt. Direkt am Ozean. Er lachte hohl. Nicht zur Seite Englands. Merlin sei Dank. Aber wir wären hier nicht so abgeschieden, wie es vielleicht wirkt. Stopp! fing sie an und hob dabei die Hand. Draco, ich kapiere gerade gar nichts. Willst du... Willst du dieses Haus kaufen? Vervollständigte er ihren Satz. Ja. Sie blinzelte irritiert. Was? Ja, ich habe gestern die Erlaubnis bekommen. Ich habe schon vor Wochen angefragt. Du hast angefragt? Er nickte. Ja, ich könnte es auch mieten, fachsimpelte er. Aber das wäre Verschwendung. Ich würde es lieber kaufen und wenn wir doch irgendwann das Land verlassen dürfen, es dann wieder verkaufen. Du, hast du denn so viel Gold? Er wog den Kopf hin und her. Zumindest noch genügend dafür. Er sah sich selbst um, bevor er sich wieder ihr zuwandte. Was denkst du? Sie war etwas sprachlos. Du willst meine Meinung wissen? Er lachte unsicher. Ja, natürlich will ich das. Das soll unser gemeinsames Zuhause werden. Du musst dich auch wohlfühlen. Sie spürte, wie sie rot wurde und wandte sich von ihm ab. Sah sich wieder um. Sie wusste nicht wieso, aber sie war gerührt. Ich weiß, es sieht nicht nach viel aus, aber das Streichen wird kein Problem sein. Auch die Böden sind kein Problem. Sie brummte zum Zeichen, dass sie ihm zuhörte und nickte kaum sichtbar. Das glaubte sie ihm bei dem Talent sofort. Wir hätten genügend Platz. Sie würden sich ein Zuhause aufbauen. Gemeinsam. Zu dritt. Also, was sagst du? Sie blickte sich um. Ich finde... Ich finde das gut. Wirklich? Huckte er nach. Sie nickte erneut und musste lächeln, als er es auch tat. Ja? Ja, Draco. Er grinste breiter, umarmte sie kurz und küsste sie beinahe vertraut auf ihren Mund. Das wäre gut, sehr gut, sprach er und sie berührte kurz ihre Lippen Bevor sie ihn anlachte. Er wirkte euphorisch, voller Energie und Elan. Wie lange wird es dauern? Wollte sie wissen. Der Kauf kann heute noch über die Bühne gebracht werden. Weniger das Problem. Sie lachte leise. Nein, ich meine, wann wir einziehen könnten. Er schien darüber nachzudenken. Nun, es muss gestrichen werden. Die Böden müssen gemacht werden. Wir brauchen Möbel. Ich denke, so vier bis sechs Wochen. Sie beschränkte die Arme und nickte. Gut. Du kannst es wohl kaum erwarten, von den Potters wegzukommen, oder? Neckte er sie und sie rollte mit den Augen. Es ist nicht Harry. Ja, ich weiß. Es ist Ginny und ihr Verhalten gegenüber mir. Aber ich habe ihr schon ein Dutzend Mal gesagt, du solltest das nicht persönlich nehmen. Tat sie aber. Würde sie immer tun. Sie fand es nicht gerecht. Menschen konnten sich ändern und Draco hatte sich geändert. Und das schon bevor er ihr Leben gerettet hatte. Er brachte sie zurück, nur um sich zu verabschieden. Er wollte den Vertrag unterschreiben. Sie würde die Zeit nutzen und Cassie baden. Was das kleine Mädchen liebte. Sie schlug immer mit vollem Eifer auf die Wasseroberfläche und hatte große Freude an den kleinen Badetierchen, die eigentlich James gehörten. Sie würde Cassies Zimmer besonders schön gestalten, wobei sie hoffte, dass die Kleine noch einige Zeit bei Hermine bleiben konnte. Sie liebte es, mit dem kleinen Mädchen zu kuscheln und sie zum Schlafen zu bringen. Sie liebte Cassie so sehr, als wäre sie ihr eigen Fleisch und Blut. Sie sah auf, als es klopfte und Ginny den Kopf reinsteckte. Da bist du, grüßte die rothaarige sie und schlüpfte herein. Und ich habe mir schon Sorgen gemacht. Sie setzte sich neben Hermine, die vor der Badewanne saß und Cassie badete. Ginny lächelte. Sie ist so hübsch. Man könnte glatt vergessen, dass sie... Sie brach ab und Hermine wandte den Kopf. Man könnte glatt was vergessen? Dass sie von Draco ist? Ginny senkte den Blick und sagte nichts. Hermine atmete tief durch und sah wieder auf Cassie, die auf einem kleinen Gummi-Hummer herumbiss. Er ist ein guter Mensch, auch wenn du das nicht hören willst. Ginny seufzte. Ich will nicht streiten, Ginny. Will ich auch nicht, bestätigte die rothaarige. Erzähl mir lieber, was Draco dir heute unbedingt zeigen wollte nach dem Frühstück. Hermine biss sich auf die Zunge. Ich meine nur, wenn du willst. Hermine atmete schwer aus. Du bist es ohnehin erfahren. Ginny runzelte die Stirn. Erfahren? Draco kauft uns ein Haus. Ein Haus? Wo? hakte Ginny etwas eisig nach. Hier, in der Nähe. Glaubte sie zumindest. Hermine hob Cassie aus der Wanne, wickelte sie in ein Handtuch und verließ mit ihr das Badezimmer. Wann? Wollte Ginny wissen und folgte ihr. Keine Ahnung. In ein paar Wochen. Es muss einiges gemacht werden, erwiderte sie und legte Cassie aufs Bett, um sie abzutrocknen, während das kleine Mädchen weiterhin den Hummer in der Hand hatte. Ist das dein Ernst? Hermine sah Ginny an. Ich meine, bist du dir überhaupt sicher, dass du das tun willst? Hermine lächelte milder. Ich wusste, dass du das nicht verstehen würdest. Ginny schien mit sich zu kämpfen. Nein, ich verstehe es nicht. Aber ich werde es nicht in Frage stellen. Hermine sah sie verwirrt an und Ginny grinste schief. Ha! Das hast du nicht erwartet, oder? Nein, das hatte sie wirklich nicht. Ich verstehe es nicht, aber ich muss es wohl oder übel akzeptieren. Ich werde trotzdem keine Freundin von Malfoy werden. Hermine lächelte schwach. Das habe ich nicht erwartet, Ginny. Aber danke. Aber nur unter einer Bedingung. Hermine runzelte misstrauisch die Stirn. Und die wäre? Du kommst mich regelmäßig besuchen, und zwar mit Cassie. Hast du verstanden? Hermine sah sie verblüfft an, bevor sie Ginny stumm zunickte. Er war euphorisch, weil er jetzt ein neues Ziel hatte. Es galt nicht mehr, nur die Zeit abzusitzen. Er durfte zwar das Land nicht verlassen, aber er musste nicht mehr lange unter Potters Dach leben. Er hatte den Vertrag unterschrieben. Es musste einiges getan werden in dem Haus. Er lachte dabei beinahe hysterisch auf. Das gesamte Grundstück gehörte auf Vordermann gebracht. Aber es war ein Projekt. Etwas zu tun. Nicht nur tatenlos herumsitzen, und er würde nicht alleine sein. Er würde sich ein neues Heim mit Hermine aufbauen. Verrückt. Hätte ihm das vor einigen Jahren noch jemand gesagt, hätte er dabei nur den Kopf geschüttelt. Draco empfand für sie etwas. Es war nicht das Gleiche wie mit Astoria, aber vermutlich fühlten sich Bindungen und Beziehungen zu Personen nie gleich an. Was er wusste, war, dass er Hermine nicht verlieren wollte. Dass er sie in seinem Leben haben wollte. Dafür sorgen wollte, dass es ihr gut ginge und sie glücklich war. Er liebte sie. Draco glaubte, dass er das schon eine ganze Weile tat. Aber er sich nicht eingestehen wollte. Vielleicht wegen Astoria. Weil er das Gefühl gehabt hatte, dass er Astoria damit verriet. Und was unsinnig war, das wusste er inzwischen. Astoria würde nicht wollen, dass er für immer allein bleiben würde. Auch wenn diese Beziehung, die sicherlich noch am Anfang stand, nicht leicht sein würde. Nicht nur wegen ihrer unterschiedlichen Wege. Der Ex-Totesser und die Rebellin. Nein, auch wegen dem, was Hermine erlebt und vor allem durchlebt hatte. Und sie beide hatten zuvor andere Partner gehabt und diese auf tragische Weise verloren. Aber er war sich sicher, dass sie das schaffen würden. Sie waren inzwischen ein eingespieltes Team geworden. Darüber dachte er nach, als er im Dunkeln im Bett lag und die Decke anstarrte. Ob es seltsam zwischen ihnen werden würde. Die letzten Monate hatten daraus bestanden, von einem Versteck ins nächste zu gelangen, Lebensmittel zu organisieren und sie alle drei irgendwie durchzubekommen. Sicher, sie würden hier auch etwas tun müssen, aber ohne Angst überfallen zu werden. Ohne Angst verschleppt, gefoltert und getötet zu werden. Im Grunde waren sie frei. Er legte seine Hände auf seinen Bauch. Er würde gerne wissen, wie es seiner Mutter ging. Ob sie überhaupt noch lebte. Er wünschte sich, er hätte für sie mehr tun können. Viel mehr. Himmel, sie kannte nicht einmal ihr Enkelkind. Er wusste nicht einmal, ob sie wusste, dass sie Großmutter war. Vermutlich nicht. Er wandte den Kopf, als Hermine neben ihm wimmerte. Als sich das Geräusch wiederholte, setzte er sich auf. Hermine, fragte er leise. Sie schien sich im Bett mehr zusammenzurollen. Er sah über sie hinweg zu Cassie, die in dem Bettchen, das einer der Weasleys gebracht hatte, zählen ruhig lag und schlief. Hermine, sprach er sie erneut sanft an und berührte sie an ihrer Schulter. Sie zuckte heftig zusammen und zog scharf die Luft ein. Sch, 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 antwortete er. Sch, sch, machte er erneut und ihre Atmung wurde nur langsam ruhiger, während sie ihn immer wieder ansah und dann die Augen schloss, nur um sich auf den Rücken zu drehen und sich über die Stirn zu fahren. »Hast du wieder geträumt?« hakte er nach einer Weile nach und sie nickte abgehackt. In letzter Zeit schienen die Albträume von ihrer Gefangenschaft wieder aufzuflammen. Präsenter zu sein als die Wochen zuvor und Draco fragte sich, ob es an den ständigen Fragen des Ordens lag. Hermine hatte keine Details erzählt, aber sie dachte vermutlich trotzdem darüber nach. Draco rutschte tiefe in die Kissen, nur um Hermine an sich zu ziehen. Sie zitterte leicht, wimmerte erneut gegen seine Brust und er strich ihr behutsam über ihr Haupt und setzte einen Kuss darauf. Sie würde diese Gefangenschaft niemals vergessen, da war er sich sicher. Aber er hoffte, dass sie sie soweit irgendwann überwinden würde, um nicht an dich daran denken zu müssen. »Er kann dir nichts mehr tun«, begann er wie so oft in der Nacht. »Er ist weg, Hermine. Er wird dir nie wieder wehtun.« »Niemals mehr«, das würde er nicht mehr zulassen. Ihre Atmung wurde gleichmäßiger und das Zittern hörte auf, während er immer wieder durch ihr Haar strich, sich hier und da eine Locke um seine Finger wickelte. Man hatte sie verletzt und gedemütigt und so etwas hinterließ Narben. Vielleicht nicht sichtbar, aber prägender in ihrer Seele. »Ich will eine Blumenwiese im Kessis Zimmer malen«, warf Granger plötzlich in die Stille ein und er konnte nicht verhindern, zu glucksen. »Wie bitte? Eine Blumenwiese?« Er lockerte seinen Griff, als sie sich etwas aufrappelte und ihn ansah im Licht des Mondes. »Ja, sie mag doch Blumen so. Weißt du noch, am See, da habe ich ihr die Blumen und Kräuter gezeigt.« Er nickte, kaum sichtbar. »Ich dachte daran, dass wir mir grüne Farbe, Grashalme und so etwas malen und dann Blumen, roter, gelber und weißer.« »Ah, ja«, gab er zögerlich von sich und sie zog ihre Braue nach oben. »Dir gefällt die Idee nicht.« »Ehrlich gesagt kann ich mir darunter nichts vorstellen. Ich kenne nur mein altes Kinderzimmer und das wirkte eher, nun, wie für einen kleinen König.« Sie schmunzelte tatsächlich. »Das wundert mich jetzt kein bisschen.« Er rollte mit den Augen und sah sie dann wieder an. Sie wirkte blass in dem kalten Licht des Mondes. »Ich lasse dir da freie Hand. Ich bin mir sicher, Cassie wird es gefallen.« »Aber es soll auch dir gefallen,« meinte sie nachdenklich. »Es wird mir gefallen, Hermine, ganz sicher,« versicherte er ihr zuversichtlich. »Noch irgendwelche Wünsche?« Sie dachte darüber nach. »Ich denke, wir sollten Cassie das Zimmer an der Westseite geben.« »Es war das größte Zimmer der drei Schlafzimmer im ersten Stock.« »Wenn du das meinst.« Sie nickte nachdenklich und sie sah ihn erst wieder an, als er ihr über die Wange strich. »Du hast wohl schon genaue Vorstellungen, oder?« Sie lächelte milde. »Etwas, ja. Es wird immerhin unser neues Zuhause.« »Unser gemeinsames Zuhause,« verbesserte er sie und er sah, wie sie etwas rot wurde und beinahe beschämt im Blick senkte. Er hob seine Hand und griff ihr unters Kinn. »Wenn du das willst.« »Natürlich will ich,« hauchte sie zart und erzögerte einen Wimpenschlag, ehe er sie wieder zu sich zog, nur um sie sanft zu küssen, ihre Lippen zu teilen, damit sich ihre beide Atem vermischten. Als der Kuss intensiver wurde, unterbrach er ihn selbst. Er konnte und wollte hier nicht über Granger herfallen. Erstens wusste er nicht, ob Granger dazu bereit war, geschweige, ob er es war. Zweitens war Cassie hier im Zimmer und drittens hatte er keine Lust, dies unter Potters'n Dach zu tun. Sie lächelte erneut und küsste ihn kurz auf den Mund, bevor sie sich an ihn kuschelte und er legte seine Arme um sie. Es war der Beginn von etwas Neuem. So fühlte es sich an und er würde diese Chance nutzen. Für Cassie, für Hermine und natürlich auch für sich selbst. Vielen Dank. Vielen Dank.